Ihr wisst alle, ich liebe Zombie-Games, wo man von einer Million Zombies angegriffen wird und man sich verteidigen muss. Und deswegen habe ich mich heute auf die Suche begeben und habe ein neues Game rausgesucht, das wir heute spielen werden. Und zwar es heißt Deathly Stillness oder besser bekannt unter Das da. Okay, es ist vom Entwickler von Das und Publisher ist der hier. Okay, also es sind die gleichen Entwickler, Publisher und das Game sagt selber von sich aus, dass es ein langweiliges Zombiespiel ist. Und es ist einfach kostenlos und man soll auf jeden Fall mit sehr niedrigen Erwartungen rangehen. Es soll nämlich extrem schlecht sein. Und das werden wir heute testen, weil was ich sehr komisch finde, die Rezessionen sind sehr positiv, aber vielleicht sind die gekauft oder das ist irgendein Troll oder so. Wir werden heute mal dieses kostenlose Zombiespiel testen. So, dafür werden wir das Ganze mal installieren. Let's go. Installation, kostenlos, dauert kurz. Wir gucken rein. Bro, es hat 20 GB für ein kostenloses Spiel. Okay, das ist crazy. Der Download dauert. Wie lange dauert der Download? Fünf Minuten. Wir müssen uns kurz gedulden. Okay, Leute, das Game startet schon mal. Ah, Bro, ich sehe. Ah, es ist eine Beta auf jeden Fall. Sehr gut. Ich sehe direkt durch. Boah, es sieht... Junge. Bro, es sieht richtig professionell aus. Geil. Okay, this game was great. Be YouTube-Chin-Chin-Chin. Be in the... Okay, okay, okay. Ich check, Leute. Ich check, ich check, ich check, ich check. Ich würde sagen, wir labern hier gar nicht lange rum. Wir gehen direkt rein. Let's go hier. Ich bin gespannt. Ah, let's go. Okay, hier haben wir Keyboard, Keybinds. Alles klar. Sehe ich direkt durch, Leute. Kenne ich doch alles. Hä? Hä, Junge. Wo sind wir denn hier gelandet? Ähm, ich verstehe nur Bahnhof. Okay. Also, wir sind anscheinend gerade hier in einem Dorf gefangen. Aber, Bro. Junge, hä? Wie kann das Game gratis sein und so krass aussehen? Okay, Freunde. So, unsere Aufgabe ist es anscheinend jetzt hier Zombies zu killen. Wir sind ausgestattet mit einer Full-Waffe. Ah, ich kann sogar hier die Waffe wechseln. Jo. Bro, das Ding ist ja voll krass, das Game. Ohne Spaß. Kann man sich hier auch ducken oder so? Jo, man kann sich sogar ducken. Okay, das ist dolle, Leute. Das ist richtig dolle. Jo. Also, ich sag euch ehrlich, optisch gesehen gefällt es mir richtig gut. Und unsere Aufgabe ist es jetzt anscheinend, hier Zombies auszuschalten und wahrscheinlich das Dorf von den Zombies zu befreien und den Super-Zombie zu finden. Deswegen... Oh mein Gott. Oh mein Gott, Bro. Es ist so laut, es ist so laut. Okay, Junge. Okay, 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 okay. Die sind auf jeden Fall ziemlich schnell unterwegs. Oh, 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 oh. Kollege, 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 ganz locker. Ganz locker. Wow. Alter. Bleibt mal ganz locker hier. So, Ruhe im Karton hier. Stanni ist in so laut. Gut, hier, wir brauchen erstmal einiges an Munition, weil ich glaube, hier werden noch einige mehr Zombies kommen. Aber ich muss sagen, Junge, das sieht richtig nice aus. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Optisch gesehen, das ist 10 von 10. Ich gehe mal hier die Etage hoch hier. Falls jemand sein sollte, komm bitte raus. Ja, locker, Leute. Gut, gut. Einiges an Munition gefunden. Sehr, sehr nice. Okay, komm, wir gehen mal runter hier. Hallo? Ist da jemand? Also, ja, okay. Hier sind einiges noch an Zombies unterwegs. Aber wir sollten mal erstmal, bevor wir hier jetzt wirklich in die komplett Baba-Bootze gehen, sollten wir vielleicht mal die ganze Munition mitnehmen. und dann geht's weiter. Zombies, ich sehe euch. Guck mal hier. Oh, daneben, daneben, daneben. Hä? Hä, wo gehen die Schüsse hin? Okay, das ist ein bisschen weird. Hä? Guck mal, ich schieße hier. Okay, das ist komisch. Okay, jetzt hat es funktioniert. Wahrscheinlich war hier irgend so ein Bug gewesen oder so an der Stelle. Ja, aber, Junge, ich sag euch, trotzdem meiner Meinung nach nicht schlimm. So, einmal weg hier. So, das nächste Haus. Wow! Wow, 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 chill, 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 chill. Junge, bleib mal ganz locker. Wow, wo kommst du denn her? Hallo, wo kommt ihr alle her auf einmal? Oh Gott. Oh Gott. Ah! Ah! Okay. Junge, wer ist er denn? Huh, locker. Hallo, ich bin da. Wer noch? Gut, das sieht nice aus. Problem ist nur, was ist, wenn wir keine Munition mehr haben? Hier muss überall Munition rumliegen. Und es gibt sogar Trinken. Warte mal, kann ich das jetzt nehmen? Kann ich das nehmen jetzt hier? Ja gut, ich hätte mir mal vielleicht doch die Steuerung durchlesen sollen. Äh, boah, guck mal hier, ich kann sogar die Zombies verprügeln. Was? Äh, hier, nimm das! Äh, bro! Äh! Was ist das denn? Nimm das! Oh Gott, oh Gott! Äh, sorry, Jungs! Äh, äh, locker, locker, locker. Junge, man kann hier sogar Special Moves machen. Wie crazy ist das denn? Wie kann so ein Game kostenlos sein? Ich verstehe es nicht. Ah, hä? Warte mal. Ah, ich kann sogar hier die... Ich kann nicht jetzt die Sicht wieder wechseln. Jetzt gucken wir auf einmal... Oh Gott, das ist der Boss, Leute. Oh Gott, das ist der Boss-Zombie. Jo, der hat auf jeden Fall einiges durchgehalten. Okay, ich gucke jetzt irgendwie hier auf der anderen Seite. Oh. Ganz locker, Jungs. Okay, Freunde, ich werde jetzt mal hier die ganzen Zombies im Dorf einmal ausschalten und mal gucken, was passiert. Boah, Leute, guck mal, man kann sogar hier so in die Ego-Perspektive gehen. Hä, wie cool ist das denn? Okay, das ist auf jeden Fall auch nice. Und können wir sogar hier so richtig schön anvisieren. Boom. Guck mal hier, das ist noch so ein Dicker hier. Oh Gott, das ist der Boss-Zombie da hinten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, Junge, das ist ja voll cool gemacht. Guck mal hier, damit kann man richtig genau visieren. Oh Gott, da kommt der Dicker, kommt. Das ist ultra realistisch. Chill, 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 chill. Oh mein Gott. Wo kommen die alle hier jetzt? Okay, das war's, Freunde, das war's. Ey, Bro, ich hoffe nicht. Nein, ich habe keine Munition mehr. Okay, wir müssen wegrennen, wir müssen wegrennen. Wo ist Munition? Das ist ganz, ganz schlecht. Ich glaube, kann ich hier rüberspringen? Oh Gott, was soll ich jetzt machen? Bro, Jungs, Jungs, lass mich mal bitte in Ruhe. Ich habe nur begrenzt Ausdauer. Ja, das ist ja großer Käse jetzt hier gerade. Das ist großer Käse. Oh Gott, mein Leben ist auch schon ziemlich weit unten. Das ist doof. Gibt's hier, kann ich den Apfel essen? Ich kann den Apfel essen, sehr gut. Nee, ich kann den Apfel nicht essen, Jungs. Chill, chill, chill. Die Zombies haben mich gegessen, weil ich zu schlecht bin. GG, oder? Was passiert hier? Wäre ich jetzt auch ein Zombie, oder was? Ah, ich habe gewonnen, steht hier, Freunde. Ja, könnt ihr was anderes behaupten? Nee, oder? So, ich habe mir nämlich jetzt eine bessere Waffe geholt. Und jetzt werden wir hier das einmal schnell abschließen, Freunde. Ich werde jetzt erstmal kurz alle hochnehmen hier. Reicht mir jetzt hier. Das Game hat sich jetzt auf einmal leider umgestellt auf Chinesisch, glaube ich. Ich kann es jetzt leider nicht mehr lesen, aber wir wissen ja, was wir machen müssen. 50 Zombies eliminieren, easy. So, diesmal habe ich hier mehr als genug Munition eingesammelt. Wir haben noch 43 Schuss extra. Und hier ist auch noch überall Munition. Guck mal, ich kann sogar durch die Wände nehmen. Das ist auch praktisch. Ist wahrscheinlich ein Feature. So, alles eingesammelt. Die letzten neun Zombies. Wo seid ihr? Stani ist bereit hier für die nächste Mission, aber bisher finde ich es ganz geil. Und so langweilig, so wie es beschrieben ist, ist es eigentlich gar nicht. Ich habe mir jetzt hier erstmal neue Waffen noch besorgt. So, die letzten acht. Wo verstecken die sich? Hier, guck mal, da kommen ein paar Freiwillige. Easy peasy. Wir haben das Dorf gerettet, Leute. Let's go. So, die letzten vier. Zack. Der ist infiziert gewesen, Junge. Das war irgendwie so ein... Hä, was ist das hier? Ach so, das... Ah, guck mal, jetzt werden sogar die letzten Zombies angezeigt. Sehr gut. Der hier noch weg. Und hier hinten versteckt sich noch einer. Kollege, einmal weg mit dir. Mission erfolgreich. Let's go. Äh, wo sind wir denn jetzt gelandet? Oh mein Gott. Wir sind jetzt in der Stadt. Hier ist wahrscheinlich... Oha. Okay. Hier sieht es nicht so gut aus, Leute. Die ganze Stadt hier wurde wahrscheinlich von Zombies übernommen. Müssen wir mal vorsichtig vorgehen hier. Kommt raus, wenn ihr euch traut. So, zack. Da sind die ersten. Also wir haben jetzt auf jeden Fall eine andere Aufgabe. Wir müssen... Also ich kann natürlich chinesisch, Leute. Da steht, wir müssen zum Punkt gehen. und müssten den Super-Zombie eliminieren oder so. Guck mal hier. Schönen Sniper-Skills, Bro. Oh mein Gott, wie clean das ist. Hey, wir laufen hier schon erstmal durch die Stadt. Das sieht aber auch geil aus hier, ne? Guck mal, können wir hier lang? Guck mal, das ist hier eine kleine Abkürzung. Da müssen wir hin. Oha, oha. Da kommt ein Runner, Runner. Oh Gott, oh Gott. Junge, chill, 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 chill. Ganz locker, ne? Jungs. Okay, wir müssen gucken, dass wir auch vielleicht noch Munition finden. Nicht, dass die gleich wieder leer wird. Oh mein Gott. Okay, das sind auf jeden Fall einige. Oh, da sind sogar zwei Dicke. So, die müssen wir schnell mal platt machen hier. So, easy. Oh Gott, der Dicke kommt. Der Dicke kommt. Oh, chill, 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 chill. Junge, der ist ein Super-Zombie. Locker. Oh, Junge, ich habe gar nicht so viel Munition. Wo soll ich die ganze Munition hernehmen? Kommt der jetzt? Ja, der kommt jetzt gleich. Aber wir müssen fast down sein. So, down. Sein Kollege hier. Zack, 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 zack. Oh Gott. Oh Gott, ja, ganz ruhig, Jungs. Äh, ihr Tschü... Oh, oi, 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 oi. Junge. Junge, die Dickerchens hier. Holy moly. Die sind ja... Die sind schon die Stärksten hier. Die halten auch echt viel aus. Gut, ich glaube, ich habe einen guten... Oh Gott, die haben halt auch nicht mehr so viel Munition, ne? Wenn jetzt noch mehr Dickerchen kommen, dann... Wird's übel. So, einmal beiseite, bitte. So, ihr auch nochmal. Alles kostenlos hier. Und weiter geht's. Okay, 40 Meter haben wir noch vor uns. Das scheint hier die letzte Bande zu sein. Die wir eliminieren müssen. Ich habe keine Angst vor euch. Ich bin so... Oh, 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 oh. Ich bin Zombie-Experte. Oh Gott, nein, 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 easy. Okay, läuft. Wir sind da. Bro, bro. Hallo? Was ist das denn jetzt? Chill. Chill. Ah. Ah. Was ist das denn? Bro, das ist... Oh, Gottes Willen. Oh, Gottes Willen, das ist der Blutboden. Nein, 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 nein. Ich muss weg hier. Junge, warum hoppelt der hinter uns? Hau ab, Junge. Oh, Gott, ich muss weg hier. Ich muss weg hier. Oh, Gott, ich... Oh, Gott, ich... Warte, 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 warte. Wir müssen überhaupt hin, Bro. Muss ich jetzt erledigen, oder was? Junge, ich kann ihn gar nicht erledigen. Was soll ich machen? Geil. Junge, wir werden von Hoppelhäschen-Zombie verfolgt. Jo, chill. Hoppelhase. Also, das ist irgendwie... Das ist halt echt eine weirde Programmierung, ne? Hä? Was soll ich hier machen? Ah, Bro. Oh, nein, 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 nein. Oh, mein Gott. Ich muss irgendwelche... Wahrscheinlich irgendeinen Zauberspruch einsammeln oder so. Chill, 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 chill. Oh, mein Gott. Bro, er hat sogar Superskills. Ganz stark. Oh, mein Gott. Ja, ja. Ich hau doch schon ab. Ich hätte gleich... Oh, Gott. Jetzt muss ich hier nochmal zu den Dingern hier hinlaufen. Komm, 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 komm. Komm, beeil dich. Schnell. Ich brauch die... Ich brauch hier die... Die komischen Zettel hier. Haben wir. Ah, oh. Bro, bro, bro. Chill, 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 chill. Junge. Oh, ich kann gar nichts mehr machen gegen den. Ja, ich hab null Schuss. Das war's. Ich hab jetzt keine Ahnung, was passiert. Wenn wir den letzten Zettel eingesammelt haben. Let's go. Bro. Ich soll ihn... Ja. Ich soll ihn fighten. Ja. Ich muss die Munition mitnehmen. Die Munition liegt überall rum. Wo ist Munition? Ich brauch mehr Munition. Ja, oh mein Gott, bro. Er ist OP. Er ist OP. Munition. Hier, Munition, Munition, Munition. Okay, easy, easy, easy. Weiter, ich muss weiter weg. Weg, renn, 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 renn. Hier ist Munition. Jume, was ist das für kranker Bossfight, Leute? Holy moly. So, Munition einsammeln. Oh Gott, hier ist Sattgasse. Nicht gut, nicht gut. Oh Gott, es wäre er nicht. Er macht gut Damage. Er macht gut Damage. Yo, jetzt regnet es mittlerweile noch. Yo. Chill. Er ist weg. Oh, ich brauch die Munition, bro. Ich brauch die Munition. Oh Gott, er hat mich gleich. Er ist viel zu stark. Er ist viel zu stark. Renn, 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 renn. Renn, 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 renn. Was soll ich denn hier machen? Oh Gott, renn, 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 renn. Wir haben ihn gleich. Let's go. Spritte, 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 Spritte. Oh mein Gott, er hat mich. Oh Gott, wir haben so wenig Leben nur noch. Oh, nee, Mann. Wo krieg ich jetzt Munition her? Ist die Munition wieder respawned? Nee. Okay. Hier liegt nochmal 40, 50 Schuss rum. Okay, ich muss schnell sein. Schnell, 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 schnell. Liegt hier nochmal Mun? Nee, hier liegt gar nichts rum. Das ist schlecht. Ich brauche Munition. Hallo. Hier liegt halt nichts rum. Hier liegt halt nichts rum, Leute. Oh Gott. Ich bin ausgewichen. Das Problem ist, ich habe wieder null Schuss. Oh, ich hätte meine Munition sparen sollen. Ich wusste auch nicht, dass es jetzt noch einen dicken Bosskampf gibt. Schnell, wir müssen rennen. So, wo ist Munition? Liegt hier noch zufällig irgendwo Mun rum? Ja, wer hätte das mal gedacht, Freunde? Ich habe 30 Schuss. Ja! Ich habe ihn besiegt, Leute! Ja, Bro, ich habe null Schuss. Warte, hier ist nochmal Munition. Schnell aufnehmen. Hier sind ja noch mehr Zombies. Ich glaube, ich sollte jetzt lieber diesen Ort hier verlassen. Und hinter mir kommt... Oh Gott, ist mir, Bro. Yo! Das war's. Das war's. 50 Schuss haben wir nochmal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bitte, 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 bitte. Was passiert jetzt hier? Yo! Wir haben's geschafft! Easy! Ich verstehe alles. Also, Leute. Hä? Was ist denn das jetzt? Äh... Bro, was ist das jetzt hier? Äh, hallo? Äh... Hä? Äh... 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 Okay? Okay, das ist weird, Leute. Warum sind wir jetzt in den Backrooms? Hallo? Oh mein Gott, Bro. Nein, 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 nein. Wir sind wirklich in den Backrooms. Ich habe keine Waffe, kein nix dabei. Okay, das ist jetzt auf jeden Fall eine Wendung, Freunde, die ich jetzt nicht erwartet habe. Dass wir jetzt hier in den Backrooms auftauchen. Bro. Bro. Was ist mit dir passiert, Junge? Kollege? Oh, oh, oh. Ich glaube, wir sind hier nicht alleine in den Backrooms. Aber das ist doch ein Zombie-Game. Was haben jetzt die Backrooms damit zu tun? Hier, wir müssen irgendwie den Ausgang finden, glaube ich. Ich verstehe zwar nicht, was da steht, aber ich könnte es mir denken. Ja, easy, Leute. Wir sind gut ausgerüstet. Aber es sieht echt, also ich sage, optisch sieht es echt geil aus, das Game. Wir haben den Ausgang! Let's go! Raus, hier, raus, hier, raus, hier. Oh Gott, das sieht irgendwie ganz komisch aus. Ist hinter uns irgendwas? Nö. Okay. Okay, was ist das hier? Ich glaube, da sollten wir lieber nicht lang gehen. Da hinten lang. Ich habe den Weg. Ich habe den Weg. Wir sind hier gleich raus. Keine Sorge. Ich höre irgendwas. Was ist hier? Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist das denn? Oh mein Gott. Oh, was ist das? Oh. Oh. Was ist das hinter mir? Ich traue mich nicht umzudrehen. Oh. Oh. Ich habe keine Munition mehr. Nein. Oh Gott. Ich muss hier raus. Schöne, 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 schöne. Ah. Da ist noch einer. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung, wo wir lang müssen. Links, rechts, links, rechts. Wir gehen links lang. Oh mein Gott. Ich will doch hier nur raus. Nein. Ah. Bro. Wie soll ich hier rauskommen? Da war doch eine Tür. Was ist hier? Oh Gott. Junge, was soll ich machen? Junge, sind die weg? Nee, er ist immer noch hinter mir. Er ist immer noch hinter mir. Hä? Da war doch gerade die Tür, Leute. Ich muss doch safe durch die Tür, oder nicht? Ja, aber ich habe ja keine Mun mehr. Warte, warte, ich gehe da nochmal hin, Leute. Ich gehe da nochmal hin. Hier lang. Hier. Oh. Was hier? Wo sind wir hier? Okay, ich stehe auf jeden Fall trinken. Ey, ich scheine. Ich scheine entkommen zu sein. Okay, das sieht gut aus. Gut. Wir sind das Monster auf jeden Fall los. Was sind das jetzt hier? Oh Bro, ich glaube, hier ist halt irgendein Monster wieder. Wo müssen wir denn hin? Nee, die Leiter müssen wir auch nicht. Junge, ich habe doch keine Ahnung von den Backrooms, Leute. Ich weiß doch gar nicht, was ich hier jetzt machen soll. Oh mein Gott. Ich glaube, ich muss hier rüber, Bro. Okay, das Monster, aber ist egal. Ich sprinte durch. Ich bin durchgesprintet? Bro, ich renne hier die ganze Zeit im Kreis, glaube ich. Junge, was soll ich denn hier machen? Da war ich schon. Ich habe doch hier irgendwo schon den Ausgang gefunden gehabt. Aber bei der Tür konnte ich nichts machen. Ich check gar nichts mehr. Bro, musst du halt nicht bei Backrooms hier runter sprechen? Ich springe jetzt mal hier runter. Wir haben gewonnen, Leute. Das war das günstigste Zombie-Backrooms-Kostenlose-Game ever. Lass ein Like und ein Abo da.